Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich euch ein paar Informationen zu den Mod Contest 2013 erzählen und ich wünsche euch viel Spaß. Einzendieschluss 7. August 2013 Teilnehmern können, Einzelpersonen oder Teams Zugelassen, normale Mods und Maps, keine Skins und keine Landschaftsobjekte. Ursprung, der Mod muss neu und selber erstellt sein. Teilnehmer, Angestellte von Giant Software sind ausgeschlossen. Teilnahme, eine Mod pro Person kann von einem Team erstellt worden sein. Preis kategorieren, öffentliche Online Wahl, Jury und beste Map. Preisverleihung, Gamescom 2013 Köln, Halle 9 Stand 10, Samstag 26. August 15 Uhr. So, das war es jetzt zu diesem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben oder wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Wer noch mehr Informationen sucht, der schaut mal auf der offiziellen Website vorbei. Ihr findet den Link natürlich in der Videobeschreibung. Und dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Vielen Dank.